Pssst. Hallo, Katze. Nee, warte mal, weiter Dialekt. Wow, komm mal runter. Ich mach was, findest du uns gut? Geht es dir gut? Ich glaub der Katze geht es nicht gut, es klang sehr ungesund. Mein Gott, ich dachte schon, du kommst nicht. Deine Stöpfchen steht dir. Also, was läuft heute Abend? What the fuck? Ich erinnere mich an die Mission. Oh oh. Klopf, klopf, klopf. Hier ist der Weihnachtsmann. Hey, was habt ihr hier so? Wer sind der scheiße Spur gefolgt? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tankeshow. Gib mir Deckung, Vito. Nein! Ist alles klar? Ich bin tot, Bro. Ist alles klar. Nein, das ist voll in Ordnung. Hallo? Barbaras Bordell. Hast du die Mäuse? Wir haben die Mäuschen. Wieso geht es nicht weiter? Wieso geht es nicht weiter? Ja, da steht. Ja, da steht. Mann, warum bist du mir... Was? Jetzt ist das fehlgeschlagen, weil er hängen geblieben ist. Ach nee. Jo, das verdankt mir dir. Warum hast du es nicht gleich mit einem Gong angekündigt? Ja, ist das erste deutsche Fernsehen mit der Gongeshow. Lol, der Fisch. Schau dich mal die Fische an. Wo ist Wasser? Wasser. Ach so, Entschuldigung. Wir sind in der Schießerei. Kein Mucks, Vito. Seit wann bist du dagegen, Krach zu machen? Wir sind zu viel. Mucks ihn ganz leise ab. Ach so. Gib mir Deckung. Vielleicht ist Joe bei Eddie im Falcon. 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 Okay, ich bring dich zu Al Greco. Okay, ich bring dich zu Al Greco. Ich glaube, ich brauche einen Arzt, Vito. Wir haben mich fertig gemacht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Okay, ich bring dich zu Al Greco. Wieso? Das wird jetzt über mehr, ey. Ist das jetzt dein Scheiß-Trick, Ernst? Hör dir Ruhe. Greco fliegt dich wieder zusammen. Hör dir Ruhe. Al Greco fliegt dich wieder zusammen. Sei ruhig. Je mehr du jammerst, desto schlimmer wird es. Hör mal ruhig. Je mehr du jammerst, desto schlimmer wird es. Ey, wir stecken da gemeinsam. Jetzt halt still, bevor du mir die ganze Hose vollblutest. Dann steche ich dich nämlich wirklich an. Ey, wir stecken da gemeinsam. Jetzt halt still, bevor du mir die ganze Hose vollblutest. Dann steche ich dich nämlich wirklich an. Genau der richtige Zeitpunkt, um einen auf den Backen Komiker zu machen. Und jetzt, Cookie zum Skills. Heute kann Cookie Auto fahren. Richtig heftiges Gameplay. Das weiß ich nicht, tatsächlich. Ich bin ein Idiot, der auf der Autobahn wendet. Boah. Boah, das war mal knapp. Das ist super tricky. Süß, war es ausgemessen. Das nicht. Und, kann Cookie nun Auto fahren? Ich gehe dazu, ich hätte ein bisschen besser versuchen können zu fahren, aber... Hallo, jetzt hole ich die kleine Pistole raus. Klein, aber ohohohoho. Ohohoho. Wie ist das? Doh? Bis zum nächsten Mal.